Ein Döner muss 10 Euro kosten. Mit dieser Aussage im Heute-Interview sorgte Grillchef Ferhat Yildirim für eine heiße Debatte. Das Video wurde auf TikTok mittlerweile über 300.000 Mal angesehen. Die Meinungen der Zuseher sind da gespalten. Manche sagen, der Preis sei unverschämt, andere meinen, Ferhat sei der Retter des Döners. Jetzt sagt Ferhat Yildirim selbst noch was dazu. Die meisten Dönerspieße würden laut Yildirim aus tiefgefrorenem Billigfleisch aus Osteuropa zusammengehalten durch Phosphate und Bindemittel entstehen. Erst letztes Jahr gab es einen Gammelfleisch-Skandal, wo ein Mann an Salmonellen verstorben ist. Ferhat sagt, bei der Qualität des Fleisches brauche er sein Umdenken. Denn viel zu viele hätten sich an den Geschmack des Industriedöners gewöhnt. Er selbst bezieht regionales Fleisch, verwendet keine Bindemittel und würzt das Fleisch nur mit Salz. Ein 100-Pilo-Spieß kostet ihn 1000 Euro. Ein herkömmlicher Industrie-Spieß kostet um die 400 Euro. Viele Kunden seien mittlerweile bereit, mehr Geld für Qualität auszugeben. Es ist extrem viel Arbeit und das Fleisch verliert auch noch bis zu 45% an Gewicht. So Ferhat. Ein Döner mit 180 Gramm bei Ferhat kostet 8,10 Euro. Somit liegt er immer noch in 10 Euro. Was muss ein Döner für dich beinhalten, damit er 10 Euro wert ist? Schreib es in die Kommentare.